Hier mal ein kleiner Gimmick, ich werde jetzt mal eine ganze Reihe von solchen Tricks machen. Jetzt geht es mal ums beidseitige Hände halten. Situation, die ja durchaus passieren kann auf der Straße oder vielleicht trefft ihr mal jemanden, der glaubt, dass Kärnspechs Magic Hands funktionieren. Also hier mal ein kleiner Trick, wie man solche Sachen handelt. Gut, jetzt haben wir Vollgas. Wenn du so nach unten ziehst, dann zieh nicht weiter nach unten, sondern nimm die Arme in eine Richtung, das heißt, hier rum, damit er sich nicht halten kann. Nur wenn du das so einen Schritt nach vorne hast, dann wird er immer fliegen und das wird immer klar, weil die Energie hier rum, das ist kein Hexenwerk, das ist ganz einfach. Und wenn du hier richtig flachsen willst, das macht er mal. Das war's. Apparently, was ich richtig.